Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zurück zu einer neuen Welt mit Blaze bei Minecraft. Hi, Gude. Gude. So, dies ist unsere neue Welt. Wir sind gerade hier gespawnt. Wir hören aber schon mal Schafe. Schafe, ja. Lass dich gleich killen wegen Bettchen. Wolle. Wolle. Stirb scharf. So viel wie es geht, weil ich glaube wir brauchen sechs, gell? Für zwei Bettchen. Sechs brauchen wir ja. Stirb scharf. Drei habe ich. Ich habe eins. Das ist gut. Dafür habe ich schon ein bisschen Holz. So, ein bisschen Holz. Was hast du? Ich bin gespannt, was uns jetzt diese Welt erwartet. Hoffentlich nicht so viel rumgefailt wie vorher. Ja, schaff's. So, ich habe vier. Du weißt nicht, wo du bist. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Ich bin hier bei so einer riesengroßen Schafherde. Ja, hier ist auch alles voll. Töten. Boah, da hinten ist eine Kuh. Mehrere Kuh, hä. Auch killen. Stirb, Kuh. So, wir sind in einem Creeper-Wald. So nennt man die. Ob da wirklich nur Creeper spawnen? Keine Ahnung. Stirb, du Kuh. Ich bin jetzt schon bald am Verhungern, ne? Ja, ich auch gleich. Zu viele Tiere gejagt. Ähm. Ja? Ja, da müssen wir so langsam anfangen, oder? Weil es wird jetzt auch schon dunkel. Stimmt. Bäume fällen, Bäume fällen. So, ähm. Manchmal gerade mal ein paar guten Planks. Ja. Ich würde sagen, wir bohren uns erstmal tief in die Erde und verschwenden nichts. Ich würde sagen, hier. Weil sie einfach gerade mal übernachten irgendwo. Ja. Ich mache gerade noch ein bisschen Holz. Ach verdammt, wir haben gar keine Fackel. Ja. Wir haben keine Fackel. Damit können wir auch hier nicht pennen. Ohne Fackel. Schlecht. Schlecht. Ich habe die ganze Zeit die Werbung von Heidi Klum da am Kopf. Mit dieser coolen Musik. Was für eine Werbung mit Heidi Klum? Ja, da gibt es nicht so eine komische neue Werbung für Herzkranke oder so'n Scheiß. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Fackel, sonst sind wir verloren. Ich kann mich hinlegen im Bett, gell? Nein. Ich schon. Dann machen wir so. Ja, dann ist es trotzdem dunkel und dann spawnen die hier trotzdem drin. Sicher? Ja. Hast du noch Holz? Ja, ja. Dann gib mir mal bitte drei Stück. 464 oder so. Ja. Ich habe es wieder eingesammelt. Kann es sein? Ja. Ich habe nur zwei Stück bekommen. Ich brauche drei. Jawohl. Dann machen wir uns nämlich jetzt einfach schnell. Da ist es doch schon. Ich muss jetzt auch so viel Glück haben. Ja. Mega-Luck. Oh Gott, diese Musik. Ich kriege die nicht aus dem Kopf raus. Boah, ist das schwer mit einer Holzachse abzubauen. Ich nehme auch ein paar Steinschirn mit, weil Steinschirn können wir auch dann später erstmal gebrauchen für Steintools. Auf jeden Fall. Weil Holz ist schwul. So, jetzt muss ich mir nochmal Holz geben. Oh ne, ich habe noch. So, schlafen gehen. Hier ist noch mehr Kohle. Hier ist noch mehr Kohle. Ja, aber erstmal schlafen gehen. Trinkt es doch nicht, weil jetzt verschwinnst du wieder wertvoll von dem Tag. Och. Quatsch. Ich glaube schon. Kohle, 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 so. Geh mal. Jawoll. Wir nehmen das Saatzeug wieder mit. Oh. Ich habe gedacht, ich hätte es abgebaut, weil das Geräusch kam, das Pop, und das war aber von dir. Verdammt. So. Ja, ich habe die Fackeln alles abgebaut, alles. Ja, sehr gut. So. Oh, guck mal. Creeper, Bäume, Creeper. Creeper, Bäume, Creeper. Mal laufen erstmal so ein bisschen, ne? Ja, können wir machen, ne? Guck mal, hier ist Sand, hier ist Wasser. Ja, gut. Aber willst du in die Wüste? Willst du in den Creeperwald? Nee. Weil ich finde den Wald eigentlich schon ganz hübsch hier. Ja, oder da hinten. Da ist auch. Wo denn? Hier hinten, komm mal mit. Oh, guck mal, ein Zombie. Warte mal, stirrt grad mal das Zombie-Fied. Stirrt, Zombie. Die ersten Erfahrungspunkte gleich. Aha, Level 2. Äh, jetzt bist du weg. Wo bist du? Was hast du denn gemacht? Du hast einen scheiß Zombie gekillt, gell? Ja. Weiß auch nicht, wo du bist, denn. So ein Kacknap. Hab' du gesagt, komm mit. Ach, da unten, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ja, das ist nice. Wölfe. Hier oder so. Hier drinnen. Ja, Mann, das ist cool. Mal erst mal diesen Scheiß Zombie wegmachen. Ja, sowieso brauchen wir noch ein bisschen Holz. Da, 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 da. Die Bäume sind aber auch recht hoch hier, gell? Die sind richtig hoch, die Dinger. Egal, gibt's wenigstens mehr Holz. Ja, ich hab mich jetzt grad schon hochgebuddelt mit Erde. Machen wir erst mal ein Holzhäuschen, oder? Ja, das können wir machen. Im Berg drin so halb oder ohne, oder? Ja, ist eine gute Frage, wir. Ja. Im Berg drin oder nicht? Wir könnten natürlich auch komplett im Berg drin machen. Weißt du, eine kleine Wand, die vorne aus Glas ist, stelle ich mir so vor, weißt du? Direkt da am Wasser. Direkt da. An hier. Ja, genau, so direkt in der Mitte. Direkt da, wo du jetzt bist, kommt die Tür hin, sozusagen. So ein Berg-Apport-Mund. Ja, dann müssen wir da rein. Brauchen wir aber noch ein Glasflon, dass es richtig hell da drin wird. Ja. Weißt du, was Neues, weißt du? Sonst brauchen wir Häuser, mal so eine Höhle ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, gut genug, Sand haben wir ja hier. Dann gleich mal ein Holztuhl kaputt. So. Ähm. Was? Hast du es aufgesammelt, die, äh, Werkbank? Nein. Doch, ich hab's da. Doch, gut. Ja, jetzt hab ich schon eine gemacht. Pech. 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 Da ist er kaputt. Din, 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 din. Schau mal, drei Steine, klar. Moment. Oder vier. Vier. Fangen. Fangen. Oder so. Hast du beide, ja? Ja. Oh ja, das geht sehr viel schneller. Ja, ein bisschen. Moin, ich mach schon mal eins höher. Weil das ist ja, nee, machen wir zwei direkt. Sonst sind die Steine auch direkt schön, gell? Ja. Ja. Das ist ganz gut, ja. Häuslein bauen. Oh, ich hab Hunger. Ich war Hunger. Scheiße. Ich war Hunger auch gleich. Nicht dran gedacht. Moment, ich baue jetzt gerade mal ein Ofen. Draußen sind schon wieder die Marktschreier unterwegs bei mir. Frische Eisen. Weißt du, welchen ich meine? Ja. Alte Eisen. Alte Öfen. Geht der ab, ey. Und mit so einer Glocke in der Hand. Alte Eisen. Maschinen. Öfen. Draußen. Draußen bei dir. Ja. Ja, zu uns kommt ja eine Show. Ja. Ist halt Dorf-like, ne? Dass hier so einer rumrennt. Alte Eisen. Maschinen. Aua. Au. Ja, da drin ist doch schon Essen. Aber nimm nicht alles, weil ich hab auch gar nichts. Ich hab nur eins gegessen, damit ich nicht ganz verhungere. Ja. Oh ja, das bringt's direkt doppelt so viel, gell? So zu essen. Wenn das, ja. Dann, 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 dann. Dann, dann. So ist das jetzt gleich groß. Na, das ist jetzt gleich groß. Vielen Dank.